Wollen wir ganz links hinten landen, Stili? Am Rand meinst du? Ja, da gibt es so einen Helikopterlandeplatz. Ja, ja, ja. Da wären noch safe welche dann sein, also Helikopter. Ja, 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 safe. Das war's komplett bitte, ja, danke. Besser dann das Botkapi, gerne runter, der die Musik auch schon wieder hier. Die Musik finde ich auch persönlich wirklich genährt. Oh, hier geht's in den Untergrundstuhl, ne? Wo bist du? Ah, ja, ich bin hier. Wir gehen so Treppen runter. Wegen des Schrot für dich, ja, hier stehen wir, die hier. Da haben wir aber eh nicht schon den Ruhigen abruhen. Oh, wer schießt hier? Das ist glaube ich ein Bot. Also die Musik finde ich sehr nervig Livestream, muss ich sagen. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich gehe hier rechts außen, Stili. Ja, warte, warte, warte. Die sind hier neben mir. Ja. Sind nach unten gegangen, hier gibt's wohl unter, vor mehr. Du hast hier zugemacht, nein, 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 du hast zugemacht. Oh, ich komme hier nicht rein, Motto. Die Tür ist zu, dass hier für Mitglieder, warte, warte, warte. Hier unten sind, hier unten sind Gegner Stili, pass auf. Hey, ich kann nicht machen, weil du hast so, ich mach auf, ich mach auf. Ich bin jetzt voll hier reingekommen. Unten, da unten sind welche Stili. Okay. Einer, genau, aber, da ist noch einer, da ist noch einer. Dort, 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 dort. Oh, hier, dort, 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 dort. Letzt wird, jetzt bin ich schon hier oben. Hier, da bin ich auch schon hier auf für ein Stili. Oh, 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 oh. Der ist glaube ich auch so. Das war bei dir ja. Oben liegen noch ein paar Stili. Oh mein, da, was. Ach, hier ist auch so ein Geheimgang. Ach so, wo. Hier, warte, warte. Äh, warte. Äh, warte, hier. Ja, Ehre. Oh, 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 oho, digger. kann man schmeißen ja dann ist das ding wo ich glaube ich damit die die dinger kann ausmachen kann ich glaube schon ich möchte jetzt mal gucken die gehen aus ja 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 hier ist auch noch eine tür aber da kommen wir wieder aber doch wir müssen ja sohn ist auch ein eisiger die aber wenn aber noch safe gegner sein mit guten lud egal wir brauchen noch mal hier so eine kiste unter mir ist eine kiste ja hier ist eine kiste gegner bei uns ich höre es ja links auch über uns über uns direkt über uns ist einer hier ganz oben zwei stück digga und die editieren die weltmeister oh mein gott ja das pass auf der jetzt diese aggressive der baumeister seine kollegen glaube ich ja ich denke ich hielt ja so sein ich will die nicht gerne da bist du doof oder was da kommt einer kommt der kommt der macht so ich habe keine menschen was ist das denn für ein lost boy nein das war kein wort ich habe kids bekommen aber ich habe links ich habe gerade seine marke ich habe mich schon gewundert warum der nicht tot ist als sie runter geschmissen habe werde hier so eine kleine ich habe aber nicht viele menschen hier vorne ich sehe da ich kann nichts machen ja jetzt maximal los das glaube ich die eine warte warte sauber ich kann nichts machen oh 200 teilen digga wie 200 teilen ja also 200 teilen zwei beide haben 100 teilen bekommen die sind hier ok unter uns ja wo sind die jetzt hier irgendwo ich weiß nicht die sind gelaufen nach ganz nach unten ja ich hau mir mal kurz windys rein digga moment die sind hier runter hier steht die komm mal her ja ja hier 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 glaube ich die tanzen die tanzen achso das ist die blühen snipe oder wie weiß nicht kann ich lange schießen warte sind die stream snipe oder nicht ja 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 die sind aber da kommt sein kollege kommt warte mal ja ja ich sehe es auch gerade er hat es auch er hat es auch achso ok ok ja das ist doch liebe digga alles klar jungs gut dann lass zusammen hier unseren scheiß erledigen ja lass mal gucken ob wir hier war doch irgendwo diese schatzkarte ja aber ich brauche ja hier war die irgendwo ja aber ich brauche ja hier war die irgendwo nee aber ich brauche ja aber ja hast du die schatzkarte ne ne lass mal gucken ob die vielleicht schon geöffnet worden ist der guck nur nach kissen ich guck mal hier ganz kurz wo ist denn hier der eingang gewesen digga ich bin auch völlig los hier im gewollt digga oh ich finde dich das musst du dir vorstellen ich mach die erste kiste direkt sie vier ja ich wollte gerade sagen ich wusste es direkt da unten ist noch einer guck mal obwohl wir fliegen so safe wieder raus ich bin heute schon rausgeflogen ja oha guck mal hier was hier liegt also das ist ja von dieser frau dass diese epische links da sie aber irgendjemand hat er hat er da drüben die goldene karte gab ne ne ich weiß aber wo ist nur ob dieser das ding ist man müsste doch die tür abschicken die war doch hier unten irgendwo hier ist noch eine kiste weiß nicht digga hat ja niemand die goldene karte also haben die anderen gegner das schon geklaut glaube ich aber die müssen ja theoretisch trotzdem gucken wenn die wenn das hier noch zu ist dann hier ist hier sind die türen ach so da gegenüber neu die die seite hier bei mir ist zu ja dann hat das doch immer keiner abgecheckt ich höre ja auch diese stimme von diesem bot hier ist die telefonzelle warte mal ich verkleine menschen ja oha guck mal hier die reißte aber ganz einfach so der er über mir höre ich diese in dieser stimme immer wie von so einem bot aber wo ist er hier ich höre ihn doch oder bist du es gewesen ich habe ich jetzt gerade umgezogen ich bin aber auch aber ich weiß nicht ob ich hier bei mir hier ist er noch ach so moment so mein gott aber das glaube ich nicht dieser big bababoo egal dass man trotzdem trein ja aber mit dem kann ich ja vor der kiste gehen ja komm ja ich ne kisten normale kisten schon hier links irgendwo hier ist ne kiste aber der tresorraum war ganz unten chili aber der jemand hat das dann irgendwo liegen gelassen ja toll ja wir finden den tresor nicht digga nein nein ich finde nicht die brauchen auch erst mal diese diese goldene karte genau das ist es wir brauchen ja die goldene karte überhaupt um da rein zu kommen live stream mit dem typen geht das nicht oder die sona rino kommt schon bruder nein ja scheiß drauf egal geben wir die sona rino brudi ja ich habe auch noch mal da ich habe absolut gar keine den boss hast du schon ein um in die um in diesem tresorraum reinzukommen live stream chat braucht man eine goldene art kreditkarte die droppt ernten boss gegner und diesen boss gegner haben wir entweder nicht gefunden oder ein anderer gegner hat ihn schon getötet und hat die karte irgendwo fallen lassen die bosse droppen die gold karten genau richtig und den haben wir nicht gefunden nigger aber sehr schwierig wo bist du eigentlich alle okay bist du alleine ja ja ich habe die ganze Familie neben mir hast du die aber alle neben mir oder was rechts von uns werden irgendwo gegner noch sein weil da war ein loot drop eben hier vorne ist auch loot hier vorne ist auch ein bigness hinter hinter uns kommen welche da sind gegner warte 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 wo bist du hier vorne ist noch ein trample place da gehe ich auch ja oder wüsste nicht dass wir in den wirken das mitnehmen oder soll ich trinken jetzt einfach mit dir oder trinken egal gerade war das hier vorne sind welche ich habe ich jetzt mal die gefährliche maximale komplette gelasert ich habe einen geklötet digga der ist außerhalb der sohn gestorben stil ja ich habe noch drei ergebnisse ja wir werden so selbst gleich wieder wegen teaming raus fliegen oder mit dem meter wird gleich anders bocken naja jungs ich habe was feines mitgebracht hier hier jungs aber ich mache auch aufkampf so ein bigness drop ich ja ja wir sind jetzt wir sind hier zu vier und das leben nur noch vier lokt der wir werden so selbst gleich wieder gebannt oder wir werden rausfliegen ist aber ist mir scheißegal kommt ob du rockets hast ja komm mal herriger diese andere ladung ich habe noch zwei links zwei feilen zu einem heilen wenn man immer die restlichen wir mit einwand spart oder das hat noch wie gesagt theoretisch haben uns beide noch ein bigness rein drücken einfach hier vorne die das letzte team kämpft da ja wir sind hier drauf die sind hier drauf aber die fallen gleich runter fallen runter jetzt die fallen runter er ist gestorben wer ist einer genockt da bringt ja dein scheiß grappler auch nicht so und einer lebt noch einer lebt noch einer noch ja aber wir hatten vier kollegen das waren nur dings ich bin mit vier leuten gekommen sind alle ja theoretisch hat die ja hier einer muss noch sein einer muss noch sein ja ich meine aber ich war ja ja ich weiß aber der eine ist vielleicht gestorben ja ja wahrscheinlich schon aber das erst mal gucken vielleicht kommt der stück sagt und macht jetzt suchen verstecken kommen doch noch mal die rocke ist stelle wo hand ist gar nicht hier wo bist du ja das ding ist wir haben auch gerade den schlechtesten von aller zeit hier 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 wo ist denn die dumme dreck so hier unten hier unter mir oder weißt du was mich jetzt interessieren würde wenn wir jetzt alle wenn wir jetzt alle quitten der gar wenn wir alle quitt wenn wir alle fliegen wer wer dann gewonnen hat der gar nur die das was aber kompletter rino einer also fort und da funktioniert ein band system ja wieder sehr gut gerade kapper so eine lustige runde der kommen wir brauchen diese andere politik hier digga ich mache diese andere kleinste zogen ist echt schade das fort als sowas ich weiß weil steaming so die ein feiern es die anderen fans nicht aber wegen wegen solchen kleinen last durch so dass er das bisschen heilig deswegen ist fort auch bekannt dass das nicht vergessen einfach ehrlich guck mal wie oldschool digga wie lange habe ich bitteschön das hier nicht mehr in dem öffentlichen server gemacht digga wie lange habe ich das hier nicht mehr gemacht digga das ist diese andere babber mäßige optik hier ich habe auch noch so viel meds digga ich habe noch 1000 metall wurde kopf habe ich aber das ist so richtig also das ist richtig ist oldschool fort ein feeling digga das war da ist jetzt so heftig aus einfach herrlich einfach herrlich könnt ihr mir sagen was sie wollen bei jedem fort ein spieler ruft das gerade geile und coole erinnerung hoch das sind geile oldschool erinnerung digga wir müssen den natürlich den epischen sieg schenken außerhalb jalla jungs kurs geht an euch raus oder ich bin schon mal runter bevor die jetzt auch da ist gute jungs auch er macht er war ein taschentum für ihn bitte so eine geile oldschool runde digga das lächeln hier im gesicht liegt nicht daran dass ich keine ahnung über den überdurchschnittlich viel drogen genau bei keine drogen nehmen sondern weil ich einfach glücklich bin so eine geile oldschool runde land zu haben ja kuss an die jungs hier an die stream sniper digga